Hallo, ich heiße Ali, ich komme aus Syrien, ich bin zwölf Jahre in Syrien. 2011 war der Krieg, bis jetzt auch, jetzt auch ist der Krieg. Wir waren schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre waren wir im Irak. Wir sind nach Türkei gegangen und wir waren nur einen Tag. Wir sind nach Esmir gegangen, also im Meer. Wir waren um sieben Uhr da bei mir und wir sind um neun Uhr schon los und um halb elf wir waren bei so Griechenland und wir waren nur einen Tag, also bei Griechenland auf die Straße schlafen, also nur einen Tag und danach sind wir bei so bei Atena und so. Also wir waren in Jungen, danach, wir sind nach Maldonis gegangen, dann waren wir so fünf, sechs Stunden da. Danach Syrien, dann Syrien, dann Kroatien, also danach Österreich, also wir waren nur einen Tag, also wir waren nur einen Tag in Österreich, ja. Und danach, also zwei mit Zug kommen, so 20 Stunden oder so, ja. Und dann nach Deutschland, also bei Düsseldorf, Dortmund, ich glaube, ja, Dortmund. Und dann, also zum Belfeld gekommen, ja, dreimal ganz viel, ja, richtig. Dann, also hier ist, also bei uns.